Sie sind hier, 17. September 2018, 22.23 Uhr, von Sport-Informationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern, Amina Bielefeld und der 1. FC Magdeburg trennten sich mit einem torlosen, unentschieden Urheberrecht, Getty Images Magdeburg, der 1. FC Magdeburg kann in der zweiten Bundesliga einfach nicht gewinnen. Auch gegen Amina Bielefeld reicht es für den Aufsteiger nur zu einem Unentschieden. Der 1. FC Magdeburg muss weiter auf den 1. Zweitligasieg der Vereinsgeschichte warten. Der Aufsteiger kam im Montagsspiel des 5. Spieltages der 2. Fußball-Bundesliga gegen Amina Bielefeld nicht über ein 0 zu 0 hinaus. Das Team von Trainer Jens Hertel liegt mit drei Punkten nur auf Platz 16. Bielefeld ist mit 8 Zählern 9. Die Tabelle der 2. Liga. Vor 19.794 Zuschauern in der MDCC-Arena in Magdeburg starteten die Gäste aus Bielefeld ambitionierter in die Begegnung. Die Mannschaft von Trainer Jeff Saibene konnte sich aber keine zwingende Torchance herausspielen. Leifticker zum Nachlesen, Chancen auf beiden Seiten ein zu schwach getretener Freistoß von Florian Hartherz, 16. sowie auf der Gegenseite ein Schuss von Marcel Kostli, 38. Den Arminia-Torhüter Stefan Ortega parierte, waren in der ersten Hälfte das höchste der Gefühle, alle Ergebnisse im Überblick. Kurz nach Wiederanpfiff hatte Andreas Vogelsammer die große Chance auf die Führung, doch der Bielefeld-Stürmer scheiterte per Kopf aus kurzer Distanz an FCM-Torhüter Alexander Brunst, 52. Auf der Gegenseite verfehlte ein Kopfball von Christian Beck, 61. nur hauchten das Tor von Sportinformationsdienst.